Willst du verstarven gehen? Nein, nicht nach einem Döner. Wir sind so wenig. Nach einem anderen aber nicht nach einem Döner. So, wo sind wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schwein, verpiss dich. Ne, das kann aber nicht wahr sein. Soll ich aber auf dem Rad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mitte. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okay, dann war das schon in der Mitte. Ist ja okay. Uh. Juhu. Boah, vorne, wir können auch einfach irgendwas Sinnvolleres auf die freie Fläche machen, anstatt ein Footballfeld. Jetzt willst du es abbrechen. Keine Ahnung, es ist einfach so unnötig. Unnötig. Ist das nicht irgendwie als unnötig? Wofür braucht man ein scheiß Gefängnis? Ja, das stimmt. Das ist also nicht dein Argument. Komm ja nie wieder so. Pore. 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 Pore ist komisch. Niemand braucht Pore. Pore. Der Gegenstand ist so heu, so unbenutzt zu heu. Und das Wort sagt auch niemand. Pore. Da sagt man ja öfters Ei. Pore. Doch, man sagt Pore, wenn man Pore meint. So. Wie? Ich kaufe jetzt. Pore. Halt die Fresse, Junge. Ich lieb es für euch, man mit. Engst. Denkst nach Scheisse. Wenn du einfach total verwirrt bist. Du denkst nach Scheisse. Ich bin nicht verwirrt, ich bin nur angenervt. Nein. Angenervt nennt man das also. Du weißt, was verwirrt ist, wenn ich auf nichts klarkomme, aber jetzt gerade bin ich nur, ja, einfach nur, keine Ahnung, mir fällt das Wort nicht ein. Äh, ich würde sagen, verwirrt? Nein, interessiert mich gar nicht. Okay, cool. Ah, du riech. Ups, nein. Das bitte nicht machen, das ist verboten. Ich brauche hier so viele Ressourcen, das ist voll krass. Das könnte hier so ein Wirtschaftssimulator sein, so. Bitch, Wirtschaftssimulator. Ich habe Bitch gesagt. Ich wollte auf Wirtschaftssimulator hinweisen. Hinweisen. Ben. Hiedra. Buri. Stone. Stein. Loch. F4. Ich lese die Schilder vor, weil ich gerade vergessen habe, was ich machen wollte. Ähm, ein Football-Feld. Eisenbeinschutz, den kann ich gut gebrochen. Und du bist voll ausgerüstet, mich interessiert halt gar nicht. Und ich höre nur immer so, ah, diese Witch, die macht so viel Damage. Aber ich habe hier keine Rüstung an, aber das weiß ich ja. Ja, nur daran denke ich überhaupt nicht. Ja, ich weiß. Ich bin immer nur im Bau-Modus. Ich weiß, ich weiß. Ich auch, ich auch. Ganz sehr gut. Ich habe gerade voll die komische Musik. So, wie so im Urlaub. Ja. So, äh, wie im Urwald, so. Weißt du auf damit? Maki, Maki. Ja, okay. Willst du das nochmal hören? Ja. Fühlt sich richtig lustig, ne? Ja. Wo bist du? Ich bin in der Wildnis. Na, dann passt das doch. So trommeln einfach so, so. Hauptsache, ich hätte jetzt letztens meine erste Fahrstunde, ne? Ich hätte ja erstmal beinahe einen Unfall gebaut. So. Wo denn? Ich kann dir jetzt die Straße sagen, aber das sagt ja eh nichts. Ja, ich meine ja auch nicht die Straße. Ich meine das Szenario. Wo denn? Da war halt so eine Straße, die ging so leicht berghoch und dann hatte so eine Linkskurve, ne? Und da in dieser Linkskurve haben halt viele Autos gepackt und halt danach auch. Also bin ich so mit dem Auto so schön von unten nach oben gefahren, die Linkskurve. Und da kam mir halt so ein kleinerer Lastwagen entgegen, ne? Und ich wurde so voll nervös, ne? Weißt du, was ich mache? Ich so, ich drücke so das Pedal durch. Mein Fahrer so, äh, mein Fahrlehrer so bremsen, bremsen, bremsen. Ich drücke so weiter, 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 weiter. Bremsen, 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 bremsen. Ich drücke so weiter, weiter halt bis zum Anstack, ne? Und er so bremsen, bremsen, bremsen. Und ich, ich drücke so voll die Kupplung durch. Bremsen, bremsen, bremsen. Aber das Auto bleibt einfach nicht stehen, weißt du wieso? Das war nicht die Bremse. Das war das Gaspedal. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, 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 okay. Okay. Ähm, ne? Aua, 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 verpiss dich. Verpiss dich. Ne, war's nicht. Ist das noch die Riepadien? Ähm, ne. Ähm, da. Ähm, da. Ähm, da. Ähm, da. Ähm, da. Ähm, da. Verpiss dich, mein Schwein, Alter. Verpiss dich. Sonst stirbst du und wirst zu Hähnchen gemacht. Schweinefleisch wird zu Hähnchen verarbeitet. Muss jedes Kind wissen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht viel zu viele gemocht. Ah, sieht nicht so aus. Das ist doch schon mal gut. Ich habe zu wenige gemacht. Da sind die letzten vier hier. Komm, Schaden. Ja. Ne, ich habe zu wenig. Wow. Wow. Timi, wow. Komm, sprich mir nach. Wow. Wow. Gut gemacht. Nächst mal lernen wir. Wuff. Ich habe keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr. Verpiss dich. Verpiss dich. Hallo. Jo. Was machst du? Ich gehe wieder zum anderen Städtchen, weil ich da den ganzen Scheiß in den Truhen habe. Dann gehe ich. Ähm. Genau. Ich wollte ja jetzt... Wobei, dann lass uns doch lieber einmal schlafen gehen. Weil wenn ich dann da hinreise, dann will ich auch direkt mal den ganzen Weg und so von den Bäumen freischlagen, damit ich da nicht gerne in der Zeit hängen bleibe. Okay. Okay. Ich mache immer diverse extreme Umwege und das dauert dann alles immer viel länger. Okay. Okay. Bist du schon wieder da? Bam. Ja, ja, ich gehe hier hin. Okay. Yeah. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Ich lasse uns jetzt, dann darf ich das Mal drumherum. also ich liege ja okay gehabt da sind welche zu dir gekommen und hätte ich einmal geschlagen dann müsstest aber auch wieder zurück und dann werde ich schon am liegen ja und am ende lag ich und du und ich müsste auf dich warten okay du hast gewann bomb dir diese benötigte da rue ich denn ich brauch ne ax oder auch zwei Dün 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 So, Kevin, auf geht's. Wir kümmern uns jetzt um die Umwelt. Auf, auf und davon. So, jetzt muss ich erstmal wieder geradeaus. So, zack, hier rüber, ist ja klar. Dann, nee, hier glaube ich noch hier rüber. What the fuck? Äh, gut. Hier laufen wir erstmal straight hier lang. Fickt euch beide. So, hier kommt man durch. Okay, oh nein. Okay. Oh, oh nein. So, einfach immer die ganze Zeit geradeaus. Ohne große Bögen. Hier kommt man noch durch. Hier kommt man durch. Hier wird's jetzt ein bisschen knifflig. Wobei, hier kommt man rechts durch. Und hier ist dann Endstation. Warum braucht nur alles dreifach so lang, wenn man's abbauen will? Und wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Never Quartz. Weil dadurch erhöht sich unser Level rasend. Und, ähm, das brauchen wir mal eben. Ah, so. So. Kevin! Fuck, wo bist du hingerannt, Junge? Ich? Oder der Kevin? Ja, ich mein Kevin. Nee, das kann jetzt aber nicht sein. Ach, da bist du, du Wichser. Du Wichser. Das ist das Letzte, was ich brauche, dass mein Pferd einfach abhaut. Kannst du doch nicht machen. Kevin! Kevin, Alter. Und der hat zwei, der hat zwei linke Füße, der kommt auch gar nicht weit. Nee, das ist das Letzte. Oh, nein. So. Nicht mehr viel. Ein Level. Und dann haben wir es schon. Ein halbes Level. So, dann geht es hier weiter. Hier ist Ende. Hier kommt man nicht mehr weiter. Okay. Piss dich. Piss dich. Jawohl. Level 30. Sehr gut. Aber ansonsten lief deine erste Fahrstunde gut? Ja. War ziemlich... Ich war ziemlich nervös, aber... Also extrem nervös. Konnte auch eigentlich nicht anfahren. Aber ansonsten lief alles gut. Wie kam ich jetzt hierher nochmal? Ich weiß nicht mehr. Wie kam ich jetzt hierhin? Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay. Jetzt ist offiziell. Ich bin verwirrt. Wir waren hier unten, ne? Genau. Hier unten waren. Ah. Okay. Jetzt bin ich vielleicht nicht mehr so verwirrt. Doch, eigentlich schon, aber... Egal. Ich bin verwirrt. Ist ja zumindest ne Festung. Hm. Oh, ich habe schon wieder irgendein Weihnachtsspecial am Laufen. Ich hasse sowas. Ich hasse Weihnachten! Hm. Hm. Komisch. Hm. Komm, ich hab das so. Denn... Ah, da oben ist es. Lol. Krass. Jetzt ist die Festung gar nicht so weit von uns entfernt. Krank. Krank, krank, krank. So. Wow. Natürlich. Ja, ja. So. Jetzt schnell wieder zurück. Habe ich das jetzt schon gekraftet? Äh, nö. Ne, gut. Vielleicht habe ich hier noch Glück und ich habe ein paar Sticks. Ne, da war das. Da war Holz da. Ja, nice. Töntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntönt Ne, komm. Jawoll. What? Was soll ich damit denn? Was soll ich damit denn? Wow. Äh, äh. Ah, da ist schon da. Jawoll. Beste Axt der Welt. Tschüss, echt nice. Äh, äh. Äh. Äh, das klappt nicht. Ähm, da noch was hin. Und da noch ein bisschen Erde. So. Jetzt kann ich auch ein bisschen Holz fahren. Holz, Holz, Holz. Da ist die Kanone schon wieder. Sieht ja echt ziemlich fett aus, muss ich ja sagen. Da wird wieder dunkel. Was machst du jetzt gerade? Äh, Holzfarm. Und da ist die Kanone schon wieder. Oh, wie konzentriert ich gerade einfach nur bin, ne? Ich, ich sammle hier einfach nur mein Holz und hab meinen Mund offen. Und das ist aber so ein bisschen, ne? Eklig. Eklig. Dün, 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 dün. Wir roten den Regenwald weg. Dün, 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 dün. weg damit das versprochen wir hier nicht in deutschland scheiß eiche oder was das ist ich will einen tannenbaum Jimmy ist müde deswegen kennt man direkt daran wenn er nicht mehr so viel sagt hab ich recht nee ok bis sich wo es kommt das große bettel zum wie gegen art zu mir schon tot nächster zombie rückstoß jungen bamm bamm so die hier kann ich jetzt nämlich neu anpflanzen die 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 Oh oh! Oh Gott, Glück gehabt! Oh oh! Oh mein Gott! Was hast du alles gemacht? Battle gegen die Monster bei einem Herz Da rutscht mir immer die Hose ins Herz Geil! Stell dich mir ziemlich eklig vor So, das, das und das Und dann würde ich auch sagen, die Folge ist hiermit vorbei Wir sehen uns morgen wieder bei Timmy Haut rein! Tschüss! Tschüss!